Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge GTA Online. Heute wieder mit dem Nos zusammen. Hallihallo. Auch herzlich willkommen von mir. Ich war jetzt gerade ein bisschen abgelenkt, warum auch immer. Tut mir leid. Natürlich wieder zum Let's Play mit Andréma. Wir machen heute ein LTS. Genau. Über drei Runden. Über drei Runden? Ernsthaft? Ja, drei Runden. Glaub ich, oder? Oh mein Gott. Irgendwo auf dem Fabrikgelände. Dann werden wir mal gucken, dass der Andréma wieder stirbt, wo ich letztens mit dem LTS gespielt habe. War das nicht ganz so? Ähm, naja, wir sind jetzt mehr Leute. Also von dem her, ja. Ich nehme den Motorrad und fahrs mal durch den Weg, ja? Okay. Ich habe... ...granaten. ...granaten? Ja, ich habe Granaten gefunden. Und ich komme hier nicht hoch, warum komme ich hier nicht los? Und einer ist vom Dach runtergesprungen, weil er keine Lust mehr hatte? Der ist runtergesprungen. Okay. Ich kämpfe mich gerade hier Richtung Snipergewehr mal ein bisschen, aber das liegt hier irgendwo ganz oben auf dem Dach. Ja. Alter! Einmal Haftbombe geflogen, bitte. Ja, also ich bin schon mal raus. Ja, ich habe einen weggeknallt. Wie, du bist raus? Ja, ich bin tot. Wie, du bist tot? Ja, einer hat eine Haftbombe geworfen. Das geht nicht so einfach zu verteidigen. Ja, du. Ja. Diese scheiß tiefen Unschärfe, ich muss das echt wegmachen. Nervt mich so. Wenn du irgendwo runter guckst, du siehst gar nichts. Wo? Da ist gerade mir irgendwas neben der Ende geschlagen. Ja. Da kommt jetzt einer die Treppe hoch vermutlich. Ja. Ne, da hin. Und daneben, daneben, daneben. Kann ich Snipern, was ist los? Ähm, du musst weiter nach oben. Du schießt gegen die, das Geländer. Da. Meint man? Ja, denk ich mal. War mir sehr klar, dass das jetzt nachlädt. Irgendwas schießt hier oben nicht, aber. Der hockt jetzt da dahinter und wartet, oder? Ich hab ihn nicht getötet, aber er ist getroffen. Ach scheiße. Der hat ja ewig warten, bis immer einer zu mir kommt, oder was? Kletterbar. Oh nein, daneben. Ich hab ihn nochmal getroffen. Und meine Muni ist alle. Fuck. Fuck, 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 fuck. Oh Gott. Oh, da hat einer gesnipert. Das geht gar nicht. Ich hab noch Munition aufgesammelt, aber ich weiß nicht, ob das... Ne, das war nicht für die Sniper. Oh, woher denn? Von hinten. Oh man. Oh, wie schlecht. Ist der hochgeklettert gewesen, oder? Äh, ich glaub, da stand einer auf dem Dach. Ja. Gut möglich. Ach, Mann. Das ist doch kacke. Die Position war ja nicht schlecht, aber mein Snipermoni war alles. Ähm, also ich frag mich, was diese eine Frau da macht. Versuch zu snipern. Ähm, ja mit der Schrotflinte. Okay. Echt, hatte ich eine Schrotflinte? Ja. Dämlich. Steht neben dem Sniper... äh, so recht gestorben. Ja. Gut, okay, das wäre dann die erste Runde gewesen. Genau. Gucken wir mal, wie schnell das hier vorbei ist, das Ganze. Weil Runde 2 kann man auch hochzug gehen, ne? Ja. Fällt mir nicht. Fällt mir, kann man nicht. Kann man bloß fortfahren machen. Geht noch nicht. Ja, weil es sind ja noch mal zwei Runden. Ja, wie ich hätte gedacht, ich kann vielleicht für die Runde abstimmen, ob die mir gefällt oder nicht. Aber in dem Fall nicht. In dem Fall nicht, ja. In dem Fall nicht, nicht, nicht. Und jetzt sind wir auf der anderen Seite. Das heißt, ich muss mir wieder eine neue Sniper suchen. Ähm, startet doch einfach. Komm, leg los, start groß. Und... Los, los, starte. Endlich. Startet immer noch nicht. Da läuft ein NPC vor mir. Ich hab ihn gesehen. Okay, ich geh mal hier aufs Dach. So, ich... Ich hol mir grad die... Gistole. Da hat mein Handy mal wieder geprodelt. Ich wollt grad fragen, was war das denn? War das Umruf, wessen denn das Verhalten und dein Handy tun mal an? Nein, es hat vibriert. Ja. Ich will nicht sagen, mein Handy ist out loud und ich hab bloß noch keine Ahnung. Ja. Na. I need the sniper. Sniper. Oh, hier steht ein Heli. Das ist ja... Na? Interessant. Äußerst interessant. Und hier sind recht viele einfach oben auf dem Dach. Auf dem Dach, ja. Interessant. Die Trimmen, die jetzt auf dem Dach sind. What the fuck? Wie hat der mich weggesprengt? Lieben Flipper. Flipper. Entschuldigung, ich hab grad irgendwie... Ja. Meine fünf Minuten. Ich seh auch gar keine Silber. Vielleicht mal in Deckung gehen und einfach mal so anvisieren. Ähm... Ja, ähm... Die sind jetzt auf dem Dach. Ganz oben, da wo ich war, oder? Ne, jetzt kommen sie hoch, jetzt kommen sie hoch. Seh einen. Oh, er hat daneben geschossen. Da läuft er mal hin und her. Nein, nein, nein. Die töte mich nicht. Ich will nicht sterben. Ich bin auch zu ihm zum sterben. Weg daaa... Schnell die Krabbe runter. Und die Tussi hier überlebt immer, weil sie einfach nichts macht, oder? Ja. Genau, weil sie einfach nur... ...nichts kann. Kann. Okay, jetzt hast sie gestanden. Ganz oben auf dem Ding steht einer. Achtung, du bist alleine. Ja, hab schon... ...hier fast gedacht. Steine. Ah, ich hab ihn einmal getroffen. Eins, zweites Mal. Ah, fuck. Ich hab bloß ne leichte Sniper. Ah. Oh Gott. Gut, das war's in dem Fall schon mit LTS. Äh, nein. Nicht. Ach, drei Runden, oder? Genau. Wir haben drei Runden, leider. Boah, ist das nervig. Ich... Ja, mach fortfahren. Komm. Boah, bin nicht schlecht. Die Map ist aber auch irgendwie schlecht, finde ich. Da kannst du ja irgendwie... Keine Ahnung. Und diese Gegner zum Teil auch. Ja, die sind gut, die Gegner. Die bei unserem Team sind schlecht, genauso wie wir. Man hätte es auch gedacht, ne? Das passt ja alles zusammen. Geil wär gewesen, eigene Waffen an. Ja, und nicht diese Schrotflünten am Anfang. Da hast du ne Karabiner. Spezialkarabiner. Ne, ich geh wieder aufs Dach. Glaube ich. Ach, ich hab Haftbomben. Haftbomben? Ja, Haftbomben. Da ist das da drüber. Boah, was macht meine denn? Ich hab ein Sniperbel. Und tu jetzt so, als ob ich ein Sniperbel. Der wirft schon wieder einen Haftbomben rum. Nein, mit Granatenbinden. Da drügend hat's keine Haftbomben. Da drügend hat's keine Haftbomben. Ne, ich glaub nicht. Oh, 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 oh. Das war ich, sorry. Echt, ist die von dir gewesen? Ja. Hier in dem Durchgang. Die sind da unten in dem Durchgang drin, oder? Ich weiß, ich hab... Ich hab... Einer... Gibt's hier auf der Seite keine Leiter? Wollt ihr mich verarschen? Ja, oh Gott. Wie schlecht. Kann ich das jetzt zurücklautschen? Das ist da nicht gut. Nicht gut, nicht gut. Die rennen hier oben auf dem Dach schon rum, glaube ich, bei uns. Einer aus dem Hegel. Ich sehe es. Aber der kann ja nichts machen. Doch, gestorben. Ich habe einmal drauf geschossen und in dem Moment ist er exzessiert, aber es galt als selbstmacht. Warum nicht? Warum ist er besonders intelligent, das Ganze von ihm hier? Muss ich jetzt mal gucken? Da renkt mich einer irgendwo auf dem Dach ab. Irgendwo hier bei meiner Nähe, aber ich glaube auf der anderen Seite. Oder ist der unten bei dir? Ich glaube. Links und rechts. Links und rechts. Da ist oben. Oh. Endlich. Einen Kill. Ich habe ihn getötet. Hast du einen Kill gemacht? Ja, und bin dabei gestorben. Na toll. Das hilft nicht. Aber nicht wirklich. Gucken da hinten. Sniper hat garantiert irgendwo einer. Ja, und einer ist knapp da wo ich gewesen bin auf der linken Seite. Am Boden. Am Bodenbau. Vorher mal. Ja. Ich meine ich trau mich immer nicht, weil LTS da ist immer kein Leben und nix mehr. Setter mal da hoch. Hopp. Setz doch da hoch jetzt. Da kommt er wieder nicht hoch, aber klar. Wenn ich jetzt die Leiter hochgebe bin ich tot. So viel ist klar. Sind wir uns glaube ich einig, oder? Ja. Mach mal runter. Ah, sind ja noch zwei Teamkollegen dabei hier. Ja. Und ich glaube jetzt beide unten. Äh, oben. Weiter oben. Ja. Der hat ihn erschossen. Ja, der steht da oben auf dem Dach. Ich hab ihn gesehen. Oh. Die eine hat einen gekillt. So schön. Das Problem ist, ich hab hier keine gescheiten Waffen. Ich hab einen Sniper und einen Schotter. Kurz gesagt, damit kommst du nicht weit. Nein. Nein. Hast du ihn erschossen? Ja. Wtf. Sehr schön. Wtf. Die letzten zwei Spiele nur einfach so rumgestanden und eigentlich nichts gemacht. Und dieses Mal? Du sagst mir nichts mehr. Du sagst mir nichts mehr. Ja, weil du... Blin, du kennst, wie du das gemacht hast. Ich dachte... Du sagst mir nichts mehr. 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 Ich schwebe gerade in den Wolken und es passiert gar nichts. Ja. Geht mir genau... Wormteilen genauso. Jetzt. LTS. Jetzt. Jetzt. Und wir wären jetzt glaube ich bei 13 Minuten oder so. Ja, ich hab gerade schon zwischengespeichert. Habe ich gerade schon gemacht. Ich wollte dich nur erinnern. Nicht wundern über die Bildsprünge, die bei mir ab und zu mal sind. Ich kann nicht länger wie 15 Minuten aufnehmen, weil ich noch keine Capture-Karte ab, sondern mit der Playstation 4 aufnehme. Genau. Und genau aus diesem Grund, ja, das speichere ich halt ab und zu mal inzwischen. Ich schneide das ganz mal zusammen, aber... Das ist ja jetzt auch nichts. Es geht ja auch nichts verloren, was jetzt interessant wäre. Da hier so ein Wartnerbildschirm. Und ich lauf hier schon wieder planlos rum und das Sniper liegt oben und ich bin unten. Das war mal ganz, ganz toll gelaufen. Oder ein anderes Gewehr als hier unten. Ja, da ist es. Oh, endlich mal ein Sturmgewehr. Sturmgewehr ist cool, ne? Aber ich kann nicht laufen, Mann. Sturmgewehr kann was. Jetzt müssen wir mal gucken, was kann ich nicht mehr. Sehr schön. Ich habe eine Gefechts-MG. Uh, das ist natürlich auch sehr nice. Eine Gefechts-MG finde ich auch noch sehr, sehr geil. So hoch? Ich auch. Mit der kann ich ab und zu ganz gut umgehen. Aber nur ab und zu, nicht immer. Da habe ich mir schon fast gedacht, dass du das nur ab und zu kannst. Und hier oben wartet einer, bis ich aus meiner Deckung komme und ihn, dass er mich töten kann. Ah, und der hat mich getötet, weil ich an die Leiter gegangen bin. Nein! Ich wollte an die Serie nicht an die Leiter. Wot für schade. Ich... Warum? Ach, das ist doch frechlich. Der erscheuert echt sowas Dummes. Ja, es tut mir leid. Ich bin nicht nur im Deathmatch EU, sondern auch im LPS. Und der Ahnung, wer mal genau so. Naja, ich habe... Ich bin gerade gestorben. Aber ich glaube, ich habe noch einen getötet. Ne, doch nicht. Kommt der an, gerannt. Knallen doch ab! Der hat keine Munition mehr. Oh, what the fuck? Doch, hat er. Warum knallt er dir nicht ab? Ich habe keine Ahnung. Oh, Idiot! Hast du in dem Fall gerade die selbe Bildeinstellung gehabt? Ja. Jetzt bin ich gerade bei der Frau. Äh, aber die hat keinen Gegner mehr. Oh, doch? Doch, keinen Gegner. Einen Gegner haben wir noch. Achso. Ja, äh, bei mir wurde der Card irgendwie nicht so wirklich toll angezeigt. Angezeigt. Ja. Ich mache mir den Kameramodus mal im... Ich kann es ja auch nicht viel ändern. First Person geht zum Beispiel nicht als Zuschauer. Ja, leider nicht. Das ist sehr langweilig. Das ist sehr langweilig. Wir werden auf jeden Fall demnächst mal wieder was in First Person ausnehmen, denke ich. Genau. Das wäre ja mal ganz... Allerdings würde ich mal sagen, bist du kein Deathmatch oder ähnliches. Ja, da müssen wir selber was holen, dass alle die gleiche Anfänger haben. Sonst... Sonst ist das ganz schön schlecht und frechlich. Genau. Ähm... Könnte da jetzt mal was passieren, bitte? Ich... Diese Frau macht einfach nichts. Sie tut einfach gar nichts. Und der andere, tut der was? Äh... Ja, ich glaube der läuft in etwa die Richtung. Oh, die Frau ist gestorben. Ähm... Er springt gerade runter und stirbt wahrscheinlich auch gleich. Das ist wie so ein Spacko, der an dem LTS-Klammerraum rennt. Und tot. War mir klar. Wenn ich einen Gegner so vor die Füße springe, kann ich bloß tot sein. Ja, das... Na gut. Naja. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn's euch gefallen hat, einen Daumen nach oben. Ich weiß, es war jetzt nicht gerade das spannendste LTS, was es gab. Ja, genau. Das weiß man ja vorneweg meistens nicht, ne? Ja, das... Oh, ja. Wenn ihr Ideen habt, Anregungen, was wir machen könnten. Rennen fahren, was weiß ich, Challenges, irgendwelche blöden Sachen. Irgendwelche Jobs, die ihr selber gemacht habt und wollt, dass wir sie mal spielen. Einfach in die Kommentare schreiben. Genau. Und... So, danke fürs Zusehen, würde ich sagen. Ja. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Jo. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. so... Tschüss... Von... Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.